Hallo und damit herzlich willkommen zu Minecraft Jump League mit mir, dem Marin und mit dabei ist... Eine Frage, wa? Hahaha, eine Frage, wa? Eine mit dem Chirpy. Wir wollen jetzt am Anfang schon mal sagen, dass, ähm, oder ja mal gesagt, entschuldigen, dass zur Zeit keine Videos kamen. Viele hatten Stress mit Schule, halt Stress, nicht in den Scheißrebon, sondern viel Stress, also wegen, halt überhaupt Schule, Leistung und so. Manche haben gerade den PC gebaut Ja und deswegen werden jetzt wieder öfter Videos kommen Also wir hatten jetzt erstmal so eine kleine Pause Habe ich auch schon geschrieben Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein Jetzt sind wir ja wieder dabei Jetzt sind wir wieder am Start Was ist das denn? Ich schaffe die ersten Sprünge bei der Lobby nicht mal Wie soll das denn gleich bei Juntleague aussehen? Eine Frage, was? Eine Frage, was? Die stehen ja auch alle im Wiki Es geht los, oh mein Gott, easy Es geht Oh shit Haha, so fängt dann immer an Ich wollte auch schon gerade los springen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Go Ich bin den ersten Sprung direkt runtergefallen Ja, ich auch Perfekt, Alter So räudig, ne? Was ist das denn? Was war hier für ein Scheiß? Ich bin schon wieder unten Ja, hoch mit dir Ey, wie ich einfach die ganze Zeit runterfalle Ist nicht normal Nein, nein! Wo packst du die ganze Zeit ab? Ich kacke mal Bist du auch bei diesen Holzteilen? Ja, ich bin da immer noch Ich komm den Baum noch nicht hoch Ja, ich auch nicht Ja, was ist das denn? Ganz ehrlich! Ganz ehrlich! Das ist ein schlechter Witz Wir nennen die Folge Let's Play Jump Fail Jump in Lass die Folge Jump in Fail nennen Jump in Fail Ja, es geht bergauf Ich komm nicht hoch Ich krieg keinen mehr hoch Ey, was ist das denn? Das ist doch Das gibt's doch gar nicht Was ist das denn für eine kranke Welt? Ich bin mal bei dem Baum schon vorbei Ich bin bei zwei Ich bin bei zwei Ich bin schon fast bei der zweiten Truhe Ey, ich komm da nicht hoch Hab ich ja gerade gesagt Ey, Martin Ja, nein Martin, ich sag ja gerade so Ich komm da nicht hoch, ne? Du kriegst keinen hoch Ja, hast du gehört, ne? Eine Frage Was ist das denn? Julian Adia Sherpie versucht lustig zu sein Trauriger Moment Trauriger Moment Two guys Ja, ja Es war nicht geklaut Two guys, one best Oh Vor allem du, ne? Na Das kann doch nicht wahr sein Das ist doch nicht wahr Aber der zweite Jump ist noch viel schwieriger Weil er so ein scheiß Metal Erde ist Wie ich dann halt verlangt Kennst du die? Ich weiß, ich komm gerade nicht auf den Namen davon Ja Ich komm da gar nicht klar Bei Welt 2 Ich komm hier Alter, bei Welt 2 Was ist das eigentlich wert? Ich meine, Modul 2 Oh, nee Ruhigbleiben Das ist doch nicht euer Ernst Das ist nicht euer fucking Ernst Wenn der nächste Mal unsere Lehrerin rumschreibt Weißt du, was er einfach mal sagen muss? Das ist doch fucking noch dein Ernst Er muss ja einfach sagen Ruhigbleiben hier Alter, kein Stress, man Ganz geschält Alter, ich komm hier Zum verreckengeschissen hier Ich bin bei Module 3 jetzt, ne? Jetzt ohne Scheiß Willst du mich bearschen? Ich bin echt bei 3 Ich bin schon fast bei der dritten Truhe Was ist das denn? Das hat die Manche können's, manche können's nicht Ich komm hier auf die K Alter Oh mein Gott Ich bin schon bei der dritten Truhe Ich hab Essen alles Ich hab auch eine Steinachse Alles hab ich dabei Drei Stück hab ich davon Nein, nein, nein Ich hab nur gedreht Ey, ich bin bei Module 4 Aha, du Glücklicher Oh, du Glücklicher Oh, du Glücklicher Oh, du Glücklicher Wikes her Wikes her Das Ich krieg's dir nicht geschissen Alter, ich bin fast durch Ich bin fast durch mit dem General Run Das ist so eine Scheiße Ich bin Ich bin fucking Noob Ja, aber welcher Kiste ich bin Ich bin in Kiste 4 Ja, ja, ja Weißt du was? Du kannst mich mal am Arsch lecken Ich kann nächstes Mal mal aufhören und sehen die wenigsten mal ein gutes Gameplay Oh, das war jetzt so ein Oh, die Brüste Ja, natürlich In demnächst mal Ich auch, ist ja klar, ne Weil wir sowieso ein Gameplay sehen So ein Verreckengeschön Nein, ich bring doch Was ist das denn hier? Ja, ich hab deine Mutter Das ist kein Witz Ich hab deine Mutter letztens mit Margin Also, ähm With the white chicken Wie das hier immer aussieht With the white chicken Habe ich, ähm Ja, ich weiß, hab ich schon gehört Ja, und ich sage immer so Hi Und ich so Nervs mich nicht True story, bitches True story Also, Martins Mutter Falls du das guckst Halt die Fresse Julian Smoller Falls du das guckst Ja, klar guckt die das gerade Auch wenn das wieder noch nicht online ist Die guckst einfach Ja Sie guckt dir gerade beim Zockenbein Was macht der kleine Junge da schon wieder? Macht der schon wieder selbstgespräche? Ich kann's nicht mehr hören Nein Was Ich bin bei Module 5 Schwierigkeiten noch Halt die Fresse jetzt Ich komm den perfekten Baum nicht hoch Ich bin jetzt nicht mal bei Easy Angeblich soll das jetzt nicht mehr Okay, das ist echt nicht mehr Easy What the fuck Das ist nur normal Ich bin ja noch nicht mal bei Schwer Das ist Ich bin gerade Vierter Ja, ja Auf Spaß spring ich immer noch hier rum Manchmal bin ich Dritter Manchmal bin ich Vierter Ist immer unterschiedlich dann Einfach auch Spaß Aber richtig geil, man Dass die gerade so weit kommen Und ich bin gerade fucking Loob Aber diesen Einsprung Den schaff ich gerade die ganze Zeit nicht Ja Bist du immer noch bei Eins Ja Ne, oder? Nein Was ist das denn? Ja Bist du immer noch bei Eins Ja Und? Hast du Probleme? Ich habe heute Wohngeschluckt Drogen schluckt man auch Ach, das ist doch Ja Fucking Loob Das ist nicht Arrher ernst Wähler singen Das ist Wahnsinn Das kann ich nicht durchgelassen Nein Was ist das denn? Boah, normal ist so schwer, ne? Es ist kein Witz Ja Machst du hier einen Fehler Bist du ganz unten Okay Genau wie in meinem Fall jetzt Äh, unten? Da bist du jeden Tag Glaub ich Ja, ich spring Mami Nein, na fucking ernst Der Baum in Minecraft ist zwei Jahre alt Und ich sehe es dir in das Bett Das ist auch nochmal alt Das ist normal und du fällst aus beiden Seiten des Bettes raus Früher gab es das alles nicht Da haben wir noch Früher hat alles nur ein Euro gegastet Doch das gefällt mir noch Ja, du hast lieber einen Euro laden Dann sagst du nichts Dann machst du gar nichts Nicht wundern, ich bin gerade irgendwie aus der Runde geflogen Das jeder Baum in Minecraft ist zwei Jahre alt Ich rede noch ein bisschen mit Ich bin gerade aus der Runde geflogen Ja, was soll ich sagen Ich bin hier gerade immer noch beim Models Weißt du warum? Ich war die ganze Ich war in Einstellungen, ne? Oh mein Gott Jetzt kommt der Doop Ne, ich war gerade echt in der Einstellung Hab 3D angemacht Ja, und das war halt nicht so gut für Minecraft Das war wohl nicht so gut Ne, ich war gerade echt 3D angemacht Das ist jetzt kein Witz Ne, kriegst du echt nicht geschissen, Alter Jetzt muss ich 3D erstmal wieder ausmachen Nein, ich war doch nicht so gut Ah, nicht schon wieder Das ist doch ein schlechter Witz Alter, ich hab gerade in den Einstellungen Hab ich 3D-Analysing angemacht, ne? Ja, ich bin auch raus Ich hab's echt nie geschafft Ich bin voll der Noob Yeah Und ich feiere das an Das ist doch Das ist doch Das ist doch nicht Warte, wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier gelandet? Ihr werdet abgeschlachtet 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 ich konnte mir meinst du in dieser anna 3d anaglis ich kann sich ausschalten auszuschalten dann reagiert mein kopf nicht ich kann das nicht ausschalten es hat ernst ich kann ich komme nicht mehr mein kopf 3d angemacht habe alles super kann also einstellen was ich will und auf einmal nur das denkt sich einfach nur so nö hab ich keinen bock drauf sorry das ist jetzt so hier das ist alles rausgeflogen du musst es jetzt erstmal gucken wie ich das true story bitteschiss 99 problems bitteschiss and you are one of this Ja, falls im Maul! Nicht, Evo. Ja, er ist gestorben! Ich hab mich gerade hier abgefühlt. Ja, was ist das denn? Ich komm jetzt. Zum Verhalten geschissen, die Martin immer sagt. Weg da, weg da! Was ist das hier für eine Folge? Das ist nicht normal. Wie, wo, was weiß. Margin! Der Margin! Der Margin! Der Margin meint, er kann es, aber der Margin ist... Hat einen kleinen Schmarrn. So wie du, so wie du. Ich kann kein Minecraft mehr spielen. Kein Willis-I-Wie. Es geht wieder, ich hab's geschafft, auszuschalten. Wo bin ich hier genug gelandet? Im Haus der Irren. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, dass Wasser blau ist. Leop, ich bin wieder im Hub. Hub, 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 hub. Okay, dann lass es an, dann lass es. Dann warst du eigentlich auch schon für diese Folge, glaube ich, oder? Boah, wir haben noch ein paar Minuten. Ein paar Minütchen haben wir noch. Ein paar Minütchen haben wir noch! Ich hab, also, mach nie 3D-Analys an. Hoffentlich, es hat euch gefallen! Obwohl ich voller Lob bin. Und was war ein kleiner Tipp, macht nie diese 3D-Analyse an, da könntet ihr euer Minecraft abschmieren. Ja, sonst werdet ihr so enden, wie unser Sherpie hier. Aber ich, mein Problem ist ja jetzt gerade behoben. Aus irgendeinem Grund. Ähm, ähm, behoben. Oh. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns was besser. Dann könnt ihr uns ja mal Verbesserungsvorschälle... Vorschälle, Vorschälle. Äh, Vorschälle, ich geb du Geschälle, Alter. Vorschälle, Gesang, ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschau. Jo, tschau, haut rein und bis zum nächsten Mal.